um und du und jetzt will ich willkommen zurück zu battlefield 1 ja ich weiß ich mach grad massenaufnahmen aber bei dem fliegen da brauchst du das auch das war nicht wie viel db ich gerade eingestellt habe auf jeden fall los geht's 3,200 6,400 dpi 3,200 dpi we fliegt mein freund und 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 Untertitelung. BR 2018 Hat er nicht. Ja, ich kann fliegen, er nicht. Ja, ich kann fliegen, ich kann fliegen. Äh, was soll. Ja, ich kann fliegen, ich kann fliegen. Ja, ich kann fliegen. Ja, ich kann fliegen. 2,800 TPI. 2,800 TPI. Wo denn? 1,800 TPI. 1,800 TPI. Uncool. 2,800 TPI. 2,800 TPI. 2,800 TPI. 3,800 TPI. Und reparieren. 1,800 TPI. Da ist einer, ich hätte aber gerne den da hinten. Oder? Ne. Also der ist von uns. Und reparieren. 2,800 TPI. 3,800 TPI. 2,800 TPI. 3,800 TPI. 4,800 TPI. Nein. 3,700 TPI. 3.200 DPI. Verpisst dich doch mal, danke. Ah. Alter, ich krieg das einfach nicht hin. Oh, 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 oh. Hui. Der da. Was? Soll ich da jetzt reinfliegen? Oh, 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 oh. Oh, oh. 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 Wo sind meine Boys? Ich weiß nicht, ich hab doch gar nichts gesehen. Hä? Wo sind's? Hm. da wo du nicht hin möchtest auch vollidiot auch nö wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben du und dein großes Mundwerk, Blackbird bist du okay? willst du mich verarschen? jetzt ne Knarre oder so? oh nö oh fuck you wartet mal ahja die sind alle tot oh das gefällt mir daddy ist froh er hat ne schöne Waffe halt dein Maul häng ich jetzt ach so deswegen dummes Arschloch jetzt muss ich das auch noch machen das geht auch für dich du wusser Mistkerl guckt gut 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 mach guckt 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 Hä? Muss ich jetzt was drücken? Da ist ja noch eins Und das ist meine Geschichte Ein Egoist, der sein Leben riskiert Um einen anderen zu retten Und der dadurch selbst gerettet wird Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen Und damit wahrscheinlich auch andere Versionen Ein abtrünniger Pilot, der im Flugzeug stiehlt Seinen Kameraden tötet Mich durch Luke und Trug durch die halbe Westfront mordet Nur um im Chaos eines Luftangriffs Dem Kriegsgericht zu entgehen Aber das ist alles Unsinn Meine Version ist die Wahrheit Sonst würde ich sie doch nicht erzählen Oder? Wo er recht hat, hat er recht? Oh, ich hab meinen Erfolg freigeschaltet Na, was laden wir denn jetzt? So Da hab ich nichts gefunden Noch nicht schlimm Da hab ich zwei Ja, gut Gut, hätte ich das Hätte ich bestimmt mehr Na gut, äh, weiter So, da würde ich mal an der Stelle sagen Dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder Bei der Aviante Bla 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 Alliierten und so weiter und so fort Und dann würde ich sagen Da machen wir dann auch Schwer Und sehen uns Heute im nächsten Part wieder Bis dann, haut rein Ciao